willkommen zu einem neuen video heute im test die pyro factory donnerblitze sechs stück in der packung da ist schon einer raus den habe ich vorher mal getestet sind nur noch vier drin führe die quatsch der klemmt danach drin grün naja bisschen schon ab hier ruft dreimal grün und zweimal rot aber die farben haben nichts zu sagen und dann testen wir die jetzt mal und süßes krieg angeblich sind die ja schwärmen so einen leichten schwärmer effekt sind hier der war ja schon mal besser und der ist auch explodiert wie man hier sieht so der funktioniert auch nicht also schwache anzündung würde ich mal sagen so und dem vorletzten noch hat er schön weil ich gerade sagen der scheint besser zu funktionieren schenk gar nicht zu funktionieren und den letzten machen wir jetzt auch noch mal gucken ob der funktioniert in rot aber die farben haben ja nichts zu sagen ja der scheint zu funktionieren das war ja niedlich danke fürs zusehen